Hallo, ja, mein 333. Video. Ich habe die 300 einfach verpasst. Und da es ein Grund zum Feiern ist, habe ich mir so gedacht. Ich nehme mal das Buch von Doreen Vitoux zur Hand. Die Zahlen der Engel geht ja da um die Numerologie. Und ich hatte diese Karte hier gesucht, weil ich bin der Meinung, die wäre auch im Engeldeck. Aber die habe ich wahrscheinlich öfter auf Facebook gesehen oder sonst wo, weil ich bin ja eine Zeit lang Doreen Vitoux auch total gefolgt. Und ich habe halt auch das Erzengeldeck nicht. Kann sein, weil das ist ja Erzengel Michael, soviel ich weiß. Wobei mich jetzt oben das Zeichen jetzt so ein bisschen, weil er hat auch kein... Okay, ich irre mich. Es ist nicht Erzengel Michael. Ich war mir eigentlich relativ sicher. Ja, ihr wisst es wahrscheinlich, wenn ihr das Engeldeck habt von Doreen Vitoux, wer das ist. Vielleicht schreibt mir es einfach in die Kommentare für die anderen, die dieses Video sehen. Ich meine, es ist jetzt für dieses auch nicht so wichtig, aber ich habe mir jetzt mal gesucht. Oh, die Sonne. Die Sonne schwirft Schatten. Achso, vom Handy. Okay, gut. Ich habe mir jetzt mal gesucht. Dann machen wir richtig Schatten. Die 333. Du bist eins geworden mit dem aufgestiegenen Meistern und sie arbeiten Tag und Nacht mit dir. Finde ich immer so ein bisschen schade, wenn die Dinger dann auf der nächsten Seite stehen. Auf vielen Ebenen... Achso, sie arbeiten auf vielen Ebenen mit mir. Sie lieben, führen und beschützen dich auf allen Wegen und in jeder Hinsicht. Also, ich habe hier die Karte von den Göttinnen auch schon hier bei mir, weil es ging um das Thema Leichtigkeit im vorherigen Video. In einem vorherigen Video. Da werde ich auch noch eine Erlegung machen. Also, das hatte ich heute Morgen dann als Auftrag. Ja, ich bin eigentlich krank und deswegen finde ich das eigentlich jetzt so ein bisschen witzig, aber es ist okay. Also, ich mache es ja gerne. Ich freue mich ja darauf und deswegen... Also, es ist mein 333. Video. Wenn man überlegt, dass ich jetzt erst seit 1.5. eigentlich gestartet habe mit meinem YouTube-Kanal, finde ich das echt eine coole Leistung. Ich bin begeistert und ich stehe zu allem, was ich gemacht habe und ja, ich hoffe, euch gefällt, was ich tue und ja, jetzt müsste ich nochmal sagen, klickt auf Abonnieren und Daumen hoch. Aber das wisst ihr alle. Ich finde das immer so furchtbar, wenn die das immer sagen, weil im Prinzip weiß man, dass wenn man den Kanal abonnieren will, dann macht man das, ne? Ja, ist jetzt auch egal. Wie gesagt, also, es gibt da noch ein Orakel, ein Orakel von den Göttinnen und ja, ich... Oder gab es das vorher? Ich weiß es noch nicht. Ich war jetzt mit dem Computer nicht mehr online seit ein paar Tagen. Daher sieht man ja auch, dass es keine Profilbilder gibt. Das ist einfach, weil ich halt Besuch hatte und ja, ich werde jetzt auch gleich ein Video vom Garten-Update zeigen. Also, ich hatte hier echt super viel zu tun und bin auch immer noch dran, mein Leben in Außen in Ordnung zu bringen. Also, richtig im Materiellen, also meine Wohnung und weil ich bin ja erst umgezogen und deswegen bin ich da so ein bisschen gerade, äh, ja, am Prioritäten setzen. Und deswegen, äh, gibt es halt im Moment keine Profilbilder, aber ich denke mal, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Jo, dann macht's mal gut. Äh, ich hoffe, euch gefällt, was ich tue, habe ich schon, glaube ich, gesagt. Und bis zum nächsten Video vielleicht. Bis dann, ciao!